Hi meine Lieben, ich freue mich megamäßig dieses Video jetzt zu machen, weil ich habe was ganz Besonderes vor. Ich arbeite schon seit über einem Jahr für Juchheim Cosmetics und ich bin mega begeistert. Ich möchte jetzt aber gar nicht groß erzählen, warum, weshalb, dafür gibt es schon ganz viele Videos. Aber du hast die Chance mit Bettina, meiner tollen Kollegin und mir, in einem Team zusammenzuarbeiten. Und jetzt geht es hier nicht nur um irgendein Team, sondern es geht darum, wir suchen 10 Powerfrauen, die Beauty-affin sind und die Internet-affin sind, die Bock haben, ein eigenes Online-Business mit Juchheim aufzubauen. Das heißt, wir zeigen dir nicht nur, wie das Juchheim-Konzept funktioniert, wir zeigen dir nicht nur, wie die Produkte funktionieren und wie du deinen Teamaufbau machst, wie du dein Unternehmen gründest, sondern wir geben dir alle technischen Möglichkeiten an die Hand, wie du mit einem YouTube-Kanal, mit einer Facebook-Fanpage, mit einem eigenen Blog erfolgreich werden kannst. Wenn du darauf Bock hast, dann bewirb dich bei uns, schreib uns eine E-Mail, erzähl uns ein bisschen was von dir. Und klar, Voraussetzung ist natürlich, dass du bei uns im Team bist. Das ist wichtig. Wenn du schon bei Dr. Juchheim bist, sorry, dann ist das leider nichts für dich. Aber wenn du sagst, ich bin eine Powerfrau und yeah, ich habe da Bock drauf, dann herzlich willkommen, wir freuen uns auf dich. Und dann, wenn du schon bei Dr. Juchheim bist,